Hallo Leute, kurzes Ankündigungsvideo. Ja, wir spielen wieder Portal Knights und zwar im Livestream am Montag, den 16. Mai, Montag ist der Feiertag. Start um etwa 18 Uhr, Open End heißt, wir wissen nicht wie lang es dauert. Die letzten beiden Streams von Portal Knights waren jeweils um die 5 Stunden. Ob man dieses Mal auch so lang streamen oder nicht, keine Ahnung, wird sich herausstellen. Ansonsten, ja, wie gesagt, Montag, 16. Mai, ab 18 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Also dann, bis Montag, tschüss.